Okay, eine Frage, die zu öfteren gestellt wird, gerade in der heutigen Zeit, ist das Urteil zu Tätowierungen. Die Antwort ist, sich tätowieren zu lassen oder jemand zu tätowieren, ist Haram und gehört zu den großen Sünden. Das Wort in Bukhari überliefert von Ibn Mas'ud. Allah verflucht den, der tätowiert, der sich tätowieren lässt, also der fordert, die die Augenbrauen gezupft und die dazu auffordert, dass die Augenbrauen gezupft werden. Und dann früher haben die die Zähne auseinander gemacht, um schön zu sein, genau das auch. Die, die die Schöpfung Allahs verändern. Prinzipiell gibt es so eine kleine Faustregel bei sowas. Alles, was den Körper dauerhaft verändert, auf eine unnatürliche Art und Weise, ist nicht erlaubt. Es sei denn, es gibt einen Beweis dafür, aus Koran und Sunnah. Zum Beispiel Beschneidung. Jetzt kommt jemand, was ist mit Beschneidung? Dann sagen wir, ja, Beschneidung haben wir einen spezifischen Beweis, der das erlaubt. Und nicht nur erlaubt, sondern nach einer großen Anzahl der Gelehrten ist das sogar eine Verpflichtung. Es hat jemand den Islam angenommen. Der Prophet sagte zu ihm, Entferne von dir die Haare des Kuffers und lass dich beschneiden. Oder beschneid dich. Nochmal zur Tätowierung. Das heißt, die Tätowierung ist nach diesem Hadith ganz klar und deutlich verboten. Und da gibt es auch keine Meinungsverschiedenheit. Die Frage ist jetzt, ein Schwachsinn, der immer wieder erzählt wird, ist, und deswegen mache ich auch das Video vor allen Dingen, ja, man kann ja nicht mehr beten, wenn man ein Tattoo gemacht hat, weil ja dann die Gebetswaschung unwürdig ist. Ja, und das erzählen einige Leute im Namen des Wissens. Und das sind die Leute, denen man sagt, bitte den Mund zumachen. Eine Tätowierung ist unter der Haut. Und da siehst du dann Leute, die haben sich tätowieren gelassen, die haben eine Zeit gehabt, die wollen dann auf einmal anfangen zu beten, und dann kommt dann der super Islam-Experte und sagt zu denen, ey, du darfst gar nicht beten, weil deine Gebetswaschung ist ja unwürdig. Hallo, bist du noch zu Hause, oder was? Selbst wenn, selbst wenn das jetzt nicht mehr ging, was soll er denn dann machen? Stell dir mal vor, du verlierst bei einem Unfall den Arm. Dann kannst du den Arm auch nicht mehr waschen, weil er ist ja nicht mehr da. Dann sagen wir dann, dann betest du nicht, oder was? Ja, was sagen wir dann? Fattabullah, mastata'atum, fürchtet Allah, es ist gut, wie ihr könnt, aber es ist Quatsch. Das Tattoo ist unter der Haut, und das Tattoo ist eine Farbe. Dass es nicht in sich näsch ist, oder irgendwas. Außerdem, ja, du hast ein Naja Esa in deinem Körper. Zum Beispiel jetzt gerade, wo du hier sitzt, du hast wahrscheinlich einige Truppen, Tropfen Urin in deiner Blase. Aber ist dein Gebet ungültig? Nee, sonst werden ja alle Gebete ungültig. So, sondern das gilt, dass man das beeinflusst. Das ist halt eine Sache, die dein Gebet nicht beeinflusst. Sondern die Naja Esa, die Unreinheit, die dein Gebet beeinflusst, ist das, was gezeigt wird. Also nochmal, für alle da draußen, die tätowiert sind. Ihr könnt damit beten. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Pseudo-Islamexperten so einen Schwachsinn erzählen. Sondern ihr müsst sogar beten. Und die, die noch nicht tätowiert sind, das soll keine Einladung sein, sich tätowieren zu lassen. Denn das sich tätowieren lassen, ist eine große Sünde. Aber nicht zu beten, ist eine noch größere Sünde. Weil nicht zu beten ist nach den Meinungen von einigen Gelehrten Kuffer. Beweis aus dem Koran, Surah 9, Vers 11. Und wenn sie Tauber machen, die Muschrikun, die Gäste, das heißt, die sagen, ich habe einen Fehler gemacht, der Weg, meine Religion war falsch, ich will jetzt Islam annehmen. Tauber. Reue. Dann sind sie Brüder mit euch im Glauben. Wie gesagt, nicht tätowieren lassen. Und wer tätowiert ist, weiter beten. Blüten! Untertitelung des ZDF, 2020